Oh, jetzt fliegt er wieder weg. Okay. Ich hab noch nie kein Benzin. Ich geh da mal wieder hin. Jetzt ist er wieder weg. Muss ich bloß ein bisschen vorsichtiger sein. Ich kann jetzt nicht einfach so die Leiter hochsteigen. Ja, nein. Kann ich da überhaupt lang? Ich glaube, ich glaube... Ich hab ja immer noch... Fleisch, Benzin... Ich kann hier nicht hoch, ohne dass ich hier irgendwas macht. Sonst kommen wieder die... die Bekloppten da. Hm... Ich mach mal wieder. Also ich brauch noch irgendwas... wie ich denn da hochkomme. Geh mal noch mal zu den Gefängn... Ah, ich mach sogar Doppelklick, dann geht die doch schneller. Hier. Warum sollte ich das verschließen? Wieso nicht? Warte mal, nimm doch einfach mal... Nein, ich bring mal die falsche Tasse an. So, lass hier rin. Ich muss hier irgendwas haben, mit was ich das hier festmachen kann. Warum sollte ich das verschließen? Ah, das weiß ich doch nicht. Kann ich hier rin? Komm ich bloß wieder auf der anderen Seite. Geh hier nochmal hin. Hier sind wir. Gitter. Ja, geh doch mal da rein. Was willst du? Gleich kommt ein Typ, der meine Kunstwerke sehen will. Also schier dich weg. Kannst du nicht reden, hä? Cool. Mann, ich hab meine Füße. Meine Buche kommen jetzt zum einen. So ist der jetzt nie mehr da. So schnell kann er auch generischen. Oh, da so ist die Tür eintreten. Warum sollte ich das verschließen? Ja, weil es schon verschlossen ist. Kann ich hier nicht weiter? Typ, der muss doch hier irgendwo reden. Da lass ich meinen Mund nicht ran. Das ist ja auch nicht. Mann, es sind alle blöder. Die Tür ist wieder zu. Mann, ich drück immer auf die Zeit. Vielleicht muss ich hier nochmal den Anfass... Aufmachen! Er macht aber nicht auf. Ich geh nochmal hier zu der Mo. Ich geh nochmal zu ihr und quatsch mit ihr nochmal. Ich hab noch ein paar Fragen. Ich muss aus dieser Stadt raus. Ich hab ein paar Probleme, das Zeug zu finden. Ich hab ein paar Probleme, das Zeug zu finden. Wo ist das Problem? Ich komm nie rennen, nirgendswo. Wo komm ich eine neue Gabel her? Wie soll ich meine... Also, erst mal, wo komm ich eine neue Gabel her? Wo bekomm ich eine neue Gabel her? Naja, es muss keine neue Gabel sein. Einfach nur nicht in winzige Teile zerbrochen. Du könntest erstmal bei Todd fragen, im Wohnwagen auf der anderen Straßenseite. Ihm gehört der Schrottplatz. Der nochmal, wo ist das Benzin? Wo ist das Benzin? Nun, da ist ein ganzer Turm voll davon am Rand der Stadt. Ich habe dieses verrückte, irrationale Gefühl. Es könnte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Wie soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung. Stell eine Falle auf. Hatte ich schon wieder. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Ich schätze, damit komm ich klar. Gut. Äh. Das war schon. Ich kann dich nicht bezahlen. Hey, diesmal ist es gratis. Ich habe schon ewig nichts mehr angefasst, außer Toastern. Weil wieder so eine Maschine in die Finger zu kriegen, war mir ein Vergnügen. Nun, danke. Ja, ja, ist schon gut. Ich muss aus dieser Stadt raus, schnell. Probleme mit dem Gesetz? Nicht in diesem Bezirk. Warum dann die Eile? Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Die Polecats? Woher weißt du das? Steht hinten auf deiner Jacke. Sie sind auf dem Weg in eine Falle, darum muss ich sie erwischen. Dann bringen wir diesen bösen Jungen besser wieder auf die Straße, hm? Ja. Na gut, dann war's das. Na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Ja. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Ja, sag mal, hier habe ich doch... Ähm. Also hier ist erstmal wirklich nichts mehr. Ich geh noch mal zum Briefkasten. Irgendwie buchst du ja mich. Ein bisschen schneller Horst. Brauche ich das nicht? Nee, brauche ich ja ja. Guck mal, hier. Ich will Moos Briefkasten nicht wehtun. Warten wir schon. Da lass ich mein... Okay. Hier. Nein, Dietrich wird... Okay. Dann steckt das Stück Fleisch rein. Das ist... Okay. Dann auch nicht. Dann funktioniert gar nichts. Dann kann mich der Briefkasten mal kreuzweise... So, und jetzt lass mich da rin, sonst werde ich zum Teufel. Freund Lase. Aufmachen. Ach, auf. Aufmachen. Aufmachen. Aufmach. Aufmach, auf, aufmach, auf, aufmach, auf, 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 aufmach, auf, aufmach. Vielleicht muss ich den richtig auf den Senkel hier versuchen. Aufmach, auf, aufmach, auf, aufmach, aufmach. Kauf, auf, 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 aufmen, aufmach, aufmach. Was passiert hier, dieser Bengel der? Ach, Mann. Also, ich gucke mich mal hier kurz mal ein bisschen. Kann ich das Ding hier anlabern? Oder anlecken? Hallo? Nichts passiert. Das hat doch schon alt gemacht. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ach, da kriegt der jetzt. Drinnen sieht es noch trauriger aus. Und hier drin? Sieht das da besser aus? Drinnen sieht es noch trauriger aus. Also, da drin sieht es auch noch trauriger aus. Mein Gott, ey. Da muss ich doch irgendwo nicht. Aufmachen! 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 Ich krieg mal da jeden. Stahlgitter im Glas. Ja. Hier. Hier mal. Ach! Wer mal sitzt hier da? Nein, Dietrich wird hier nicht helfen. Ach so, hätte er sein können. Ach Mann, dir hilft ja gar nichts. Aufmachen! Ich bin ein Freund von Mo. Ich brauche... Hör zu, ich habe kein Schweißgerät genommen. Hast du verstanden? Ich bin kein Dieb. Also, verpiss dich endlich. Gleich kommt ein Typ, der meine Kunden mehr gesehen will. Also, scher dich weg. Ey, wegen so'n Kleinigkeiten kommt man erstmal hier überhaupt weiter, ja? So, du Fettsack. Gott, ey, creme den mal ein, ey. Das Glitillen hier, ey. So, laber den mal an. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Oh Gott. Ihhh. Du sollst ja auch nicht deinen Mund da lassen. Äh, ran lassen. Ihhh. Jetzt habe ich den Mund. Hahaha. Na gut, denn, denn, denn. Drücke ich eigentlich immer auf die rechte Maustaste. Ja, dann fass ihn an. Der hat schon genug. Ja, dann dreht ihn einer. Der hat schon genug. Mann, Leute, ey. Wozu liegt er jetzt da? Ach so, hier ist doch... Guck mal, hier ist ja ja nicht mehr der Kasten. Oh. Es geht runter. Oha. Was geht hier? Schauen wir mal mit einfach. Ich sammle keine Kunst. Ach so, das soll Kunst sein. Und auch nicht, dass immer der Kasten hat. Und da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, dass ich nicht sein kann. Das ist mein Schweißgerät. Ach. Wo hast du das her? Oh, lag irgendwo rum. Eine Gabel und etwas Benzin und wir sind bereit. Ich glaube, sie schafft. Ey, aber wie ist man denn da? Dass man erst kloppen muss, dann sprechen muss und dann die Tür eintreten muss? Also ich weiß das. Ab jetzt. Habe ich das mal falsch rumgemacht? Ich habe erst mal, hat Heiken gemacht? Er ist gekloppt, dann gesprochen und dann die Tür eintreten. War das so? So in Kleinigkeiten macht man hier ewig hier rum. Und dann schlafen wir halt die Leute hier alle ein und schalten ab. So. Jetzt brauchen wir Wasser, Benzin brauchen wir jetzt noch und dann noch eine Gabel. Die Gabel kann er dir auch zeigen. So du Vogel. So, äh, ja. Wie geht es jetzt hier erstmal weiter? Jute Frage. Ja, ich würde mal auch hier nochmal reingehen, um zu schauen, ob ich hier auch alle durchs Buch habe. Ich gehe nochmal runter. Ach, den habe ich so den, so krasse Tür eingetreten, dass er immer noch im Schlaf ist. Da lasse ich meinen Mund nicht an. In Unmacht. So soll es ja auch ja nicht. Kann man hier irgendwas arbeiten? Da komm ich nicht hoch. Da komm ich nicht hoch. Ja, dann liebe ich auch nicht. Da lasse ich meinen Mund nicht an. Ich sammle keine Kunst. Ich möchte keinen Kampf mit dem Ding anfangen. Und auch nicht, was immer das sein mag. Da lasse ich meinen Mund nicht an. Ich sammle keine Kunst. Da sei verschwindet. Und auch nicht, was immer das sein mag. Am besten alles hier anklicken. Da lasse ich meinen Mund nicht an. Ich sammle keine Kunst. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was immer das sein mag. Und auch nicht, was immer das sein mag. Ich bin nicht anklicken. Ich bin nicht anklicken. Ich bin nicht anklicken. Wie bin ich denn eigentlich vor ein paar Tagen hier rausgekommen? Ich will raus! Will ich verkack eiern? Was hatte ich denn? Achso, oh. Ich suchte das mal weg. Musiknetzeln, komme ich gerne hier, ne? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ach, er kann mich verstecken. Hey, wo ist er? Ich hab doch gesagt, letztes Mal hab ich ihn erwischt. Wer hat das denn Alarm ausgelöst, Leute? Vielleicht will uns nur jemand verscheißern. Nein, das ist er. Das ist der Kerl, den Sie nie treffen. Naja, wenn Sie das Ding hier mal stillhalten, wird, wenn ich schieße. Ich geh mal runter und seh mir das aus der Nähe an. Ich sehe niemanden. Er muss abgehauen sein. Nein, wir hätten ihn aus der Luft wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Gut. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Da lasse ich meinen Mund, ich glaube nicht. Mal ran, da wollte ich hin. Da lasse ich meinen Mund, da lasse ich meinen Mund nicht ran. Da hat er einen... Ey, der hat doch hier gerade so komisch irgendwo geguckt. Hi, Cuppe. Ja. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Was macht der da? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ich vertraue keiner Sache, die keine Räder hat. Ich brauche hier irgendwas. Ich sage, da werden sie kein ist da. Und da ist die Tankkappe. Ich brauche einen Schlauch oder sowas. Ich kriege ja gar nicht. Wow. Kann ich hier erstmal weg. Ich hoffe, die bleiben erstmal noch ein bisschen da. Das kriegt ja den Schlauch her. Den Schlauch. Gib mal Schlauch. Hier, irgendeinen Schlauch oder so. Hier, sonst. Was ist denn das? Nicht so nett. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ich warte, bis sie fertig ist. Ach. Ich warte, bis sie fertig ist. Mann. Sie hat ihre Finger überall in meinem Bike. Eifersüchtig. Ja. Mo? Mo, gib mal Schlauch. Ja, Ben. Ich habe ein paar Probleme, das Zeug zu finden. Oh. Nein. Na, ich lasse dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Ja, na will ich ja. Aber es steht ja nicht da. Ich brauche einen Schlauch. Warum? Nimm es einfach. Da ist ja ein Schlauch. Ich bin ja happy. So, dann gehe ich da nochmal hin. Und die sind da noch oben. Yay. Dann nehmen wir mal den Schlauch. Und dann machen wir den hier rein. Äh. Ach, da lässt er seinen Mund ran. Hey, wer ist das da unten im Hof? Das ist der. Den kriegen wir. Wo? Herr Drüben, schnell, auf die andere Seite. Dann haben wir ihn in die Ecke gezwängt. Wo ist der hin? Das ist wohl ein unentschiedener Boss. Nein. Holen wir Verstärkung. Schnell weg. Ah, der hat sich versteckt. Oh, endlich. Oh, gut. Ist das auf dem Benzinturm? Hm, nicht direkt. Nur noch eine Gabel und wir sind wieder auf der Straße. Eine Gabel, eine Gabel. Oh. Oh, was soll ich denn noch eine Gabel finden? Muss ja dann wohl hier sein, oder? Aber, 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 aber. Na, rechte Dingsen hier auf. Also, auf. Ja, aber ich muss ja... Ich muss ja so... Ist schon offen. Ach, Mann. Hm.